Hallo meine Löwin. Happy Birthday. Du kommst nicht, oder? Papa muss noch ganz kurz auf der Arbeit was machen. Kannst du die Katze für mich abholen? Geschenk für die Armee. Zwiebel? Du hast doch keine Katze, ne? Fickt euch! Dank an deine Strategie. Bleib defensiv. Oktober, das war's. Ich kann jetzt nicht, ich hab einen Karten. Mina beantragt das alleinige Sorgericht. Entweder du bist bis um 6 Uhr hier, oder ich sorg dafür, dass du meine Tochter nie wieder verletzt. Du hast eine Stunde. Der Typ muss kämpfen, sonst sind wir alle am Arsch. Tino hat 75.000 auf dich gesetzt. Mich verletzen. Hey. Bist du disqualifiziert bist, können wir das Ganze noch rumreißen. Ich hab die weggeboxt. Wen hast du weggeboxt? Alle. Alle? Alle! Das ist sehr größer, als du denkst. Wenn du willst, dass Leonie es besser hat, dann rennst du mich weg. Das ist nicht mit ein paar Kämpfen erledigt, Mann! Ich hole nur eine Katze ab. Es ist zu. Es ist 7 vor 6. Auf deiner Uhr vielleicht! Also geht es. Ich bin eine Katze. Ich bin der einzige Katze. Ich bin der nur Einst быer.